Vor wenigen Wochen überraschte uns Lavinia Wollny mit der Nachricht, dass sie und ihr Freund Tim ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Zwar war der Nachwuchs nicht geplant, aber das tut der Freude des Pärchens keinen Abbruch. Via Instagram betonten die beiden immer wieder, dass sie es kaum erwarten können, ihr kleines Glück bald in den Armen zu halten. Lavinia Wollny äußert sich zum vermeintlichen Streit mit Silvia. Auf der Plattform beantwortete die 22-Jährige nun auch neugierige Fragen zu ihrer Schwangerschaft wie etwa, in welcher Woche sie ist, Antwort, in der 28. Schwangerschaftswoche, aber auch Fragen zu ihrem vermeintlichen Streit mit Mama Silvia Wollny. Denn offensichtlich vermuten einige ihrer Follower, dass Lavinia sich mit ihrer Mutter zerstritten hat, da sie ausgeund mit ihrem Freund zusammengezogen ist. Offen gibt die werdende Mama zu. Dass sie diese Spekulationen nerven. Also nochmal, ich habe keinen Streit mit meiner Familie oder Sonstiges, stellt die Schwangere klar. Ich habe ein super Verhältnis zu meiner Familie. Und nein, der Grund für meinen Auszug ist nicht Streit oder Sonstiges. Nur weil man zu Hause auszieht. Hat es noch lange nichts damit zu tun, dass man Streit mit der Familie oder Sonstwas hat? Weiter erklärt sie den Grund für ihre eigene Wohnung und nimmt ihren Fans somit gleich den Wind aus den Segeln. Vielleicht mal darüber nachgedacht, dass man irgendwann mal erwachsen wird und sein eigenes Leben hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017